Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja heute unterhalten wir uns über Erde. Erde aus einem gewöhnlichen Wald und dieser Wald befindet sich in den USA und hier gibt es die Harvard School Forestry oder School of Forestry eine Forstwirtschaftsschule. Und was man gemacht hat, man ist nicht weit, das muss man auch sagen. Man hat hier das Gebäude und dann ist man hier in diesen Wald gelatscht und hat hier Bodenproben entnommen. Einfach irgendwo eine Schaufel Erde, ein paar hundert Gramm und dann hat man die ins Labor gebracht und dann hat man das mal genauer untersucht. Und was man da gefunden hat, das ist wirklich außergewöhnlich und absolut faszinierend. Und wir gucken uns jetzt mal die Studie in Ruhe an, hauptsächlich die Bilder, die dort gemacht wurden und zwar mit Elektronenmikroskopen. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte, was man da alles findet. Und vorab unter anderem auch eine Entdeckung, die sich mit einem Virus beschäftigt, der vor 30.000 Jahren eingefroren wurde, war durch eben das Klima und immer noch aktiv ist. So mein Lieben, und hier sehen wir die Studie. Die Studie ist öffentlich, die Studie kann man sich durchlesen, die Studie ist hochinteressant. Sie beinhaltet einige interessante Entdeckungen in Verbindung eben mit Viren. Und wer sich das Ganze durchlesen will, kann das natürlich tun. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung gibt es dann die genaue Erklärung, zum Beispiel wie groß diese Viren sind. 0,2 bis 1,5 Mikrometer. Welche Anzahl an Gen schnippeln in dieser Hülle dieser Viren zu finden ist und so weiter und so fort. Es ist teilweise wirklich hochinteressant, dass diese Viren extrem viel genetisches Material in sich tragen. Das brauchen sie ja auch, um einmal den Bauplan zu übermitteln an den Wirt. Und sie sammeln aber auch Informationen über Lebewesen. Das heißt, es wird also in diesen Viren teilweise Schnipsel von DNS mit eingebaut. Fragmente, RNA-Fragmente, die dann auch wieder weitergegeben werden. Da muss man mal ein bisschen genauer hinschauen, inwiefern Viren auch für die Evolution verantwortlich sind. Denn was man jetzt auch in diesem Wald gefunden hat, ist wirklich absolut faszinierend. Zunächst einmal eine kleine Übersicht. Was wir hier auf der linken Seite sehen, also A, das ist ein Virus, habe ich bereits angesprochen, den hat man gefunden in Sibirien. Würde man auch anderswo finden. Das heißt also, Permafrost auftauen und dann werden diese Viren freigesetzt. Dann kann man sie untersuchen. Man kann sie aber auch in Eisbohrkernen finden und so weiter und so fort. Die sind also extrem resistent gegen Umwelteinflüsse. Also zumindest gegen Kälte. 30.000 Jahre alt circa. Das heißt also, das ist schon ein gesundes Alter. Also da kann man schon sagen, wow. Und was interessant ist, das Virus wäre in der Lage, sich zu vermehren. Das heißt also, wenn du das wieder in die Umgebung bringst, wo es auch irgendwas infizieren kann, dann wird das immer noch funktionieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Zeitkapsel für Erbinformationen, welche 30.000 Jahre im Eis existieren kann. Wir bauen ja Zeitkapseln auch eben in den kalten Regionen unseres Planeten, um zum Beispiel bestimmte Saaten, bestimmte, ja unter anderem auch DNS zu speichern. Aber das machen wir technisch. Das heißt, wir bauen riesen Gebäude mit Heizung, mit Kühlung, mit allem drum und dran, damit wir das Ganze machen können. Riesenaufwand. Und die Viren machen das mehr oder weniger sowieso. Und das wesentlich effektiver als wir Menschen. Also das hier, was ihr hier seht in diesem Bild, das sind tatsächlich Viren, die bereits bekannt sind. Das heißt also, die hat man bereits untersucht. Und da gibt es auch dann unten eine Einordnung. Zum Beispiel dieses Pitovirus Sibiricum. Das ist zum Beispiel genau ein solches Virus hier oben, was man eben auch gefunden hat. Oder auch Pandora-Viren. Also das sind auch sehr große Viren. Wir haben hier dieser schwarze Strich. Das sind 100 Nanometer, oder? 100 Mikrometer? Nein, 100 Nanometer. Wow! Genau! Also 100 Nanometer. Und da sieht man mal, wie groß diese Viren teilweise sind. Also im Vergleich jetzt. Guckt euch das an. G zum Beispiel. Was haben wir hier? Virophage. Also Mavivirus. Das heißt also, wir haben hier unten ein Virus, welches wesentlich kleiner ist. Das heißt also, es gibt Unterschiede. Es gibt Riesenviren, die sind gigantisch groß. Die kann man tatsächlich auch zum Beispiel mit Bakterien verwechseln. Wenn man zum Beispiel in einem Mikroskop etwas sucht. Und jetzt kommen wir zu den Viren, die hier in dieser Erde auch gefunden wurden. Also in diesem Teil, was man da untersucht hat. Und man muss sich das mal vorstellen. Das ist ja weltweit so. Also das ist ja jetzt nicht nur in diesem Wald so, dass man da was findet. Sondern das ist ja überall so. Das heißt also, wenn ihr hier in Deutschland in einen Wald geht und da was mitnehmt, dann habt ihr auch ungefähr so ein Sample. Die unterscheiden sich allerdings die Viren. Das ist auch entscheidend zu wissen von der Form, vom generellen Aufbau. Und das ist das Interessante an diesen Viren. Also die unterscheiden sich teilweise extrem voneinander, obwohl sie eigentlich einer ähnlichen Gruppe angehören. Sind dort extreme Unterschiede zu erkennen. Und Elektronenmikroskope machen das eben möglich. Da kann man sich alles wunderschön anschauen. Und es gibt heutzutage sogar die Möglichkeit, das Ganze dann 3D zu visualisieren. Also in 3D. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Interessant ist generell der Aufbau von Viren. Teilweise eine geometrische Struktur. Da ist schon interessant, was Viren eigentlich sind. Das ist Wahnsinn. Aber das waren ja noch nicht die interessanten Teile. Sondern die interessanten Teile kommen hier. Und zwar mit Oberflächenstrukturen, die man vorher noch nie so gesehen hat. Und im Übrigen auch nicht weiß, warum das so ist. Das ist ja das, was man hier macht. Also man hat hier quasi mal eine generelle Untersuchung durchgeführt. Was liegt denn rum? Und was kann man untersuchen? Und was kommt dabei raus? Interessant sind diese Strukturen hier. Teilweise hier bei dem Bild G. Diese, auf der rechten Seite hier, diese Ausbeulung. Natürlich, manche dieser Oberflächenstrukturen dienen zum Ankoppeln. Das heißt also, es gibt ja verschiedene Oberflächenstrukturen von Viren, die dann auch die Kopplung mit einer Zelle ermöglichen. Ob das mit Bakterien ist oder einer Körperzelle, zum Beispiel bei Menschen usw. brauchst du dieses Kopplungsverfahren. Und diese molekulare Zusammensetzung dieser Oberflächenstruktur bestimmt dann die Möglichkeit, in diese Zelle einzudringen, das Material freizusetzen und den Bauplan des Virus dann nachzubauen. Das ist ja der Trick bei den Viren. Die schleusen Material ein, dann werden die vervielfältigt. Und dann kommt es zu einer gegenseitigen Anpassung. Das heißt also, es werden Abwehrmechanismen entwickelt, zum Beispiel von unserem Körper gegenüber Viren, das Immunsystem. Und die Viren entwickeln sich aber auch weiter. Und so kommt es zu einem solchen Wechselspiel. Und das ist eben auch dann das Ergebnis, wie diese Viren teilweise ausschauen. Das heißt also, hier haben wir eine wunderschöne Struktur mit so Ärmchen, die hier rausstehen. Und wir haben hier im Inneren, und das sieht man hier auch ganz deutlich, dann eben diese Kernstruktur des Virus. Und da sind eben auch diese Erbinformationen, also dieser Bauplan für das Virus drin. Da gibt es im Übrigen auch, jetzt zumindest für den Anfang, verschiedene Definitionen. Supernova, Morphotyp, Haarschnitt, Morphotyp. Muss mal gucken. C, was ist denn hier? Haarschnitt. Also, ja, durchaus eine interessante Struktur, dass du hier oben so kleine Härchen raus hast, während der Rest des Virus dann von diesen Härchen verschont blieb. Aber ihr seht mal, wie komplex das Ganze ist. Und welche Subtypen sich herausbilden in diesen Virenstrukturen. Das schaut ja auch gigantisch aus. Diese geometrische Struktur hier bei Bild E. Also faszinierend. Und man muss ja eins auch sagen, also Viren werden ja nicht zum Leben gezählt, in Anführungsstrichen, denn sie sind nicht fähig, sich selber zu reproduzieren. Sie brauchen eine Zelle, die dann diesen Bau vollzieht. Das heißt also, Viren würden auf unserem Planeten zwar auch noch existieren, wenn es kein Leben mehr gäbe, aber sie brauchen dann, damit das wieder anläuft, wieder lebende Zellen. Damit das Ganze funktionieren kann. Eigener Stoffwechsel fehlt auch. Also im Grunde genommen fehlt alles, was jetzt zum Beispiel das Leben so definiert. Das Einzige, was sie können, ist Kopien von sich erzeugen, aber da brauchen sie eben eine Fabrik und die Fabrik ist dann eine Zelle, eine lebende Zelle mit Stoffwechsel und so weiter und so fort. Also ist eine sehr interessante Geschichte. Viren generell. Also das ist faszinierend. Hier dann auch Oberflächenstrukturen, diese feinen Härchen, die ihr hier seht, also Capsid Fibers, das sind also diese Teilchen, die hier dann nach oben wegstehen, also diese kleinen Fädchen, die man hier erkennen kann. Das ist eben auch dazu da, in die Zelle einzudringen, das heißt also Kontakt aufzubauen, eine molekulare Struktur in diese Strukturen der Zelle. Also es geht ja um Stoffwechsel. Bei der Zelle geht es ja um Stoffwechsel. Da geht es unter anderem auch um molekulare, zum Beispiel um Hormone, um bestimmte molekulare Strukturen, die dann bestimmte Dinge steuern, um Abläufe zu steuern in der Zelle und so weiter. Und das machen sich eben Viren zunutze. Die können wo ankoppeln, wo eigentlich was anderes ankoppeln soll. Und das ist der Trick. Das heißt also, das ist eigentlich ziemlich fies. Das ist so eine Kuckuckstrategie, die Viren hier fahren. Aber es funktioniert. Das ist ja das Entscheidende. Hier sehen wir auch nochmal ein paar dieser Beispiele mit dieser komplexen molekularen Oberflächenstruktur. Das ist schon wirklich faszinierend, was man in einem kleinen Erdhäufchen findet. Das ist eine komplett andere Welt als die unsere. Das heißt also, diese Viren existieren auf einer Ebene, die wir so tagtäglich nicht wahrnehmen können, weil wir gar nicht in der Lage sind, diese feinen Strukturen zu erkennen im Genere. In der Luft, meine Lieben, sind so viele Viren, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, also in der Atmosphäre. Das ist jetzt nicht nur im Erdreich so. Diese Viren sind spezialisiert für eben das Gebiet, in dem sie sich befinden. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Viren in der Atmosphäre, in der Luft, in der normalen Umgebungsluft. Also ihr wollt das manchmal gar nicht sehen, was alles rumfliegt. Aber es schadet in den wenigsten Fällen. Das muss man ja auch sagen. Das heißt also, es gibt nicht viele Viren, die uns dann ständig anfallen, sondern manche existieren in unserem Körper und wissen jetzt eigentlich auch nicht, was sie da sollen, weil sie einfach für diesen Körper nicht gebaut sind. Den können sie gar nicht nutzen, um sich zu reproduzieren. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also ich würde mal sagen, F, ohne dass ich es vorher gesehen habe, ist eine Kaffeebohne. Wurde die genannt? F. Gucken wir mal. Ovoid Particle. Okay. Schade. Ich hätte mir gedacht, also ich hätte jetzt hier schon Coffee Bean gemacht draus. 200 Nanometer. Oh wow. Also das ist ja auch interessant hier. Also diese Struktur. Haben wir jetzt hier Viren? Ich denke schon. Und wir mal ganz kurz gucken. Na ja, Particles with a round, a white, a young shaped, and a ring, or a small, or subcellular structures, multilater Particle. Okay. Also es ist jetzt bei den Teilchen, die wir hier sehen, nicht so, dass das immer Viren sind, sondern das sind unter anderem auch verschiedene Strukturen, die sich auch aus anderen, zum Beispiel aus anderen Partikeln zusammensetzen. Also Pollen zum Beispiel sehen ja auch sehr, sehr interessant aus unter dem Mikroskop. Das kann zum Beispiel auch hier eine Polle sein oder irgendwas, was wir hier sehen. Aber ja, gut, okay. Also so fit bin ich jetzt in der Molekularbiologie nicht, dass ich hier jetzt genau wüsste, was ich sehe. Aber gut, verlangt ja auch keiner. Mal gucken, gibt es noch irgendwelche Bilder? Nein, unten sind wir dann schon bei der Beschreibung. Also das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Generell Forschung, also Forschung auf Basis von auftauendem Permafrost, was da alles gefunden wird und so weiter, das ist eine hochinteressante Geschichte. Und auch nicht vergessen, diese Viren sind seit Tausenden, teilweise Zehntausenden. Vielleicht finden wir sogar welche, die hunderttausende Jahre in diesem Eis eingeschlossen waren und trotzdem noch funktionsfähig sind. Da sagt ihr mir mal eine Maschine, die der Mensch baut, die hunderttausend Jahre im Eis überlebt und trotzdem nur funktioniert. Viren können das. Viren sind perfekte Reproduktionsmaschinen. Besser kannst du das nicht bauen. Vor allem bei den unterschiedlichen Bauplänen, die existieren. Also du hast ja Milliarden, ach, sage ich Milliarden, das sind wahrscheinlich Billionen, verschiedene einzelne Baupläne für eine Funktion, die jeweils ein Virus dann umsetzen soll. Also eine hochinteressante Geschichte. Guckt euch das mal an und lernt was dabei. Nämlich, dass man im Wald, wenn man zum Beispiel rausgeht in den Wald und Erde ist immer einen Haufen von interessanten Strukturen mit sich einverleibt. Wobei, wer macht das schon? Es ergibt relativ wenig Sinn. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020